Also ich bin mit Knieproblemen gekommen, mit einem relativ großen und heftigen Knieproblem. Ich habe eine Knochenziste gehabt und bin bei einem mehrmaligen Joggen dann, also nach mehrmaligem Joggen, dann ist es auf einmal aufgetreten, dass diese Knochenziste ein bisschen eingebrochen ist und ich dann den sogenannten Ermüdungsbruch quer und deep des Tibia-Platofs dadurch bekommen habe. Ich hatte null Auftreten monatelang und Treppe war sehr schwierig und wirklich Vollbelastung war ganz, ganz schwierig. Ich bin also ganz viele Wochen mit zwei Stützen durch die Gegend gelaufen. Dann bin ich irgendwie nur noch mit einer Stütze gelaufen, das ging dann auch, aber ohne Stütze war es mir wirklich nicht möglich, längere Strecken zu laufen. Definitiv also über 50 Prozent, würde ich sagen. Über 50 Prozent, also vom Schmerz von drei ist der bei eins, also könnten wir fast zwei Drittel sagen eigentlich. Ganz ehrlich, sensationell und ich wusste ja eigentlich gar nicht, was mich so erwartet, aber die Behandlung war super angenehm und ich fand das ein, für mich auch so als Osteopath, denke ich ja immer globaler, aber es war wirklich ein globaler Ansatz, wo auch meine Seele integriert wurde. Also ich habe das als sehr, sehr angenehm empfunden, muss ich ganz ehrlich sagen.